So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, die erste Folge aus der neuen Wohnung sozusagen. Man sieht vielleicht im Hintergrund, das Regal ist noch komplett leer, man hört es vielleicht auch an dem Ton, der Raum ist noch etwas leer. Man hört es vielleicht an meiner Stimme, mir sauschlecht. Ich habe mal gerade die Toilette in verschiedenen Stellungen ausprobiert, das werdet ihr dann am Sonntag sehen, was da wieder los war. Aber gleichzeitig sehe ich, wenn ich mich anmelde, hier dieses Bild. Auf zu neuen Höhen, während des Events, Stadion, Aussicht. Das triggert mich ein bisschen, da irgendwie das Event angeteasert wurde, was am 1. Juni starten soll, bis 4. Juni. Ich dazu gar kein Infovideo gemacht habe, weil es irgendwie dazu auch keinen Blogpost gibt. Ich warte ja immer auf den offiziellen Blogpost auf der Seite, zeige das, sage alles dazu, gebe meinen Senf ab. Aber es ist bis jetzt immer noch kein Blogpost dazu da. Ich habe vorhin mal geguckt, wenn ich hier drauf drücke, erfahre mehr auf dem Blog, kam eine Seite 404 not found und das gab es einfach nicht. Das ist ja schade, denn dafür gab es auch Tickets. Mir hat der Alex, der genau 27 Alex 1992, hat mir ein Ticket für dieses Event geschickt, weil es da auch wieder eine befristete Forschung mit Ticket gibt, die man lösen kann. Die ich ja machen wollte, aber man weiß ja noch nicht mal, dass es überhaupt so ein Event gibt. Im Shop müsstet ihr was dazu sehen. Hier, Ticket für die befristete Forschung zum Sieg gleiten. 2,49 Euro. Begegnung mit Emoiga. Ei-Brutmaschine. Super Brutmaschine. Ja, noch Emoiga-Bonbons und 5 Begegnungen mit Emoiga. Das werde ich dann in einem neuen Video abholen. Möchte aber jetzt mir das hier angucken, was auch irgendwie aufgetaucht ist für die Leute, die ein Go-Fest-Ticket haben. Die haben jetzt dieses Rise of the Moonlight bekommen. Muss ich auch wieder an Thomas denken. Der ist jetzt gerade drüben in der alten Wohnung und versucht auf dem Sofa zu schlafen. Der Rest ist in der neuen Wohnung. Es ist 23.21 Uhr und ich möchte jetzt kurz mal gucken, ob ich das hier noch abholen kann. Hier, achso, das muss ich erst mal zeigen. Was da die Aufgaben waren und dann die restlichen Aufgaben lösen. Da muss ich jetzt mal gucken, wo habe ich das? Wo habe ich das? Ich habe es mir heute hier irgendwo hingespeichert. Jetzt kann ich wieder nicht scrollen. Jetzt kann ich scrollen. Und jetzt haben wir hier was. Pass auf. Fange 25 verschiedene Arten von Pokémon. Gibt ein Log-Modul. Öffne 5 Geschenke. Gibt Staub. Lande 10 großartige Würfe. Ein Pokémon-Encounter. Spiele 5 Mal mit einem Kumpel. Gibt Knursp. Und verwende ein Power-Up bei 10 Pokémon vom Typ Geist. Auch eine Pokémon-Begegnung. Dann unten nochmal silberne Sanana-Bären. Diese Mondkrone und 3000 Staub. Spiele 5 Mal mit einem Kumpel. Ich hoffe, das funktioniert. Wenn ich jetzt einfach hier drauf drücke. Das geht nicht. Dann muss ich jetzt extra in den Einstellungen den AR-Kumpel deaktivieren. Dann hier drauf. Jetzt muss ich 5 Mal einfach nur an dem Rum-Rubbeln. Dass das funktioniert, oder? Ich rubbel nicht 1. Ihr müsst richtig rubbeln. Der muss richtig merken. Ihr wollt diese Aufgabe lösen. Guckt mal, wie genial das ist. Das funktioniert wieder nicht. Ich rubbel mir wirklich einen ab. Jetzt das 2. Mal. Jetzt ist er oben. Jetzt ist er oben. Jetzt haben wir den Dreh raus. Fühlt sich gerade alles komisch an. Weil es halt so ist. Man denkt immer so. Ah, du bist so laut. Die Mutter sitzt hier. Ja, mach mal nicht so laut. Denk gleich kommen Pupsi rein. Und sagt, was bist du denn so laut? Und dabei rubbel ich doch hier nur an dem Taubos rum. Weil ich doch diese Aufgabe einfach nur lösen will. Hätte ich das vorher gewusst, dass das so komisch ist. Dann hätte ich das anders gemacht. Wer denkt sich solche Aufgaben aus? Das ist ja nicht, was irgendwie lange dauert. Also in dem Beispiel gerade dauert es lang. Aber das ist ja jetzt nichts langwieriges, was du irgendwie machst. Der ganze PC fliegt hier rum. Spiele 5 Mal mit deinem Kumpel. So eine bescheuerte Aufgabe. Jetzt können wir zurück. Haben wir jetzt drin. Verwende ein Power bei 10 Pokémon. Vom Typ Geist. Das heißt, ich gebe einfach mal Geist ein. Was habe ich hier? Was habe ich hier? Wir machen es ganz einfach. Bevor wir irgendwas Cooles pushen oder so. Wir nehmen einfach das Kleinste, was wir haben, was wir pushen können. Das ist das hier. Und wir machen einfach hier 10 Power-Ups. Bis wir also 10 Bonbons brauchen. Das sind 8500 Staub. Das ist nicht viel. Wieso waren das jetzt nur 9? Gebe ich noch eins aus jetzt 10. Die Power-Ups waren zu viel. Man hat mehr Bonbons gebraucht. Sonst geht sich das immer aus. Jetzt haben wir also einen Geist gepusht. Und noch 5 Geschenke öffnen. Da gehen wir mal auf die Freunde. Da gehe ich diesmal den Freundschaftslevel von oben aus durch. Linus, Genai haben schon interagiert. Wir machen mal hier Cumulus auf. 1, wir machen Lennart auf. 2, wir machen Trainer-Surps auf. 3, wir mal gucken, ob schon jemand interagiert hat. Also Benni können wir noch öffnen. Matze brauchen wir nicht. Der hat heute graded. Da haben wir hier Benni. Nehmen wir noch mit. Und Denise. Genau, denn die muss auch noch interagieren. Jetzt haben wir die fertig. 5 Geschenke auch. Wir können jetzt das Lockmodul abholen, den Staub abholen, den Knusb abholen. Gucken, was hier drin ist. Hier ist Pipi. In einem dunklen Fangbildschirm. Bei Nacht steht es da alleine. Im grünen Fichtendickicht. Genau. War das nicht mal ein Zungenbrecher? Jetzt gucken wir hier. 3 Sterne. Ist nichts. Aber wenn es 100er wäre, wäre es ja auch wurscht. Lunerstein ist jetzt hier drin. Schmeißen wir auch mal einen Ball drauf. Gehen zurück. Gucken, ob wir es gefangen haben. Bewerten das. 2 Sterne. Aber hat eigentlich eine recht gute Werde. Und jetzt kriegen wir hier diese komische Krone. Was macht man damit? GoFest Mondkrone. Also würde ich nicht aufsetzen. Das ist ja auch nichts. In dem Sinne ist es trotzdem was, was einem geschenkt wurde mit dem GoFest Ticket nämlich. Und was dann dadurch da dazu kam. Aber ja, keine Ahnung. Jetzt ist ja auf jeden Fall alles fertig. Das ist ein richtig komisches Video. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das nennen soll. Es ist auch einfach, wir haben so viel Stress momentan mit dem Umzug, dem Umzugswochenende. Heute war so ein schwieriger Tag. Gestern. Oh, Kräfte zehren. Ich kann nicht mehr. Jetzt ist Thomas gekommen vorhin. Morgen nochmal richtig ran klotzen. Und da ihr trotzdem irgendwie Content habt, habe ich gedacht, nehme ich da kurz diese Forschung dann ein Stück noch auf. Werd morgen, weil auch Raidbox-Wechsel ist am Samstag. Zapdos kommt rein. Deswegen habe ich ja eigentlich vor, mit Thomas vielleicht einen Community-Raid vor Ort zu machen. Wir müssen gucken, wie das zeitlich reinpasst. Dass wir vielleicht mal kurz in die Stadt fahren, den Raid machen, noch schnell was einkaufen, essen, trinken für den Tag, dass wir gut versorgt sind. Weil Samstag ist ja auch Wrestling. Und ja, dann kriegt ihr das nämlich für Samstag. Und Samstag, was wir machen, seht ihr dann am Sonntag. Samstag und Sonntag fährt Thomas auch schon wieder heim, aber hat mit mir hoffentlich Waschmaschine, Kühlschrank und Gefrierschrank in die Wohnung gebracht, weil ohne geht es ja auch nicht. Grüße an Thomas, Rise of the Moonlight, denn so hieß das, Thomas, das große Erwachen. Jetzt neu. So, wie sieht es aus? Habt ihr das auch gelöst? Habt ihr das überhaupt mitgekriegt, falls ihr ein Go-Fest-Ticket habt, im Event habt? Da steht ja da, noch 43 Tage hat man Zeit, das zu lösen. Guckt da mal rein, nehmt das mit. Verdient doch so eine hässliche Krone. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.